Bring ich Graveyard plus Poison? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt bringe ich einen Poison. Ja, Poison kommt, er bringt auch einen Poison. Jetzt geht's wirklich knapp. Das eine Skelly macht nochmal Damage. Ich bringe jetzt hier einen Megamin. Das Megamin im Nachhinein ist jetzt 10 Sekunden auf die Uhr, 9 Sekunden auf die Uhr. Magic Archer kommt rein, ich bringe einen Snowboard. Magic Archer kriege ich noch ein paar Shots. Das war's. Oder? Oder der Graveyard. Nochmal letzte Sekunde hier. Poison auf den Turm, Poison auf den Turm. Und das eine Skelly Connected, 7,84 HP, 1 HP. Ich verliere das Spiel und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich dieses Game mit 1 HP verloren. Und ich habe vielleicht in meiner Cash-Rack-Kräre 5 Games von 100, 200.000 Games mit 1 HP verloren. Eins war ein Game in einem Turnier, was man vielleicht einmal im Leben hat. Oder ich hatte es zweimal im Leben. Was wirklich unfassbar ist. 1 HP, wirklich ein unfassbares Game. Es war wirklich auf einem sehr, sehr starken Niveau.